Hallöchen und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich einen gemischten Haul für euch und zwar habe ich bei Douglas bestellt, bei Rossmann habe ich mir eine Sache gekauft und bei Amazon habe ich mir eine Sache bestellt. Das ist jetzt nicht viel, deswegen fasse ich das in einem Haul zusammen, also deswegen gemischter Haul. Und ja, fangen wir direkt mal an mit Douglas. Ach genau, bleibt unbedingt bis zum Ende dran, denn ich habe einen Kauftipp für euch. Also fangen wir mit Douglas an und zwar habe ich wirklich durch Zufall erfahren, dass es bei Douglas einen 20% Gutscheincode gibt. Ja, der war kurze Zeit gültig und da musste ich natürlich zuschlagen, da konnte ich nicht anders, weil ich hatte auch noch einen Douglas Gutschein von meinem Geburtstag aus dem letzten Jahr. Dann hatte ich noch einen Douglas Gutschein von Weihnachten, also ich hatte zwei Gutscheine und ich wusste schon, was ich mir bestelle, also ich wusste, was es wird. Und ich habe irgendwie auf tolle Goodies gewartet oder auf eine tolle Prozentaktion und dass ich von den 20% erfahren habe, musste ich zuschlagen. Ich glaube, das war nicht offiziell, das war irgendwie intern bzw. ging das so rum. Ich habe das auch nur durch Zufall erfahren, also bin ich wirklich froh, dass ich da davon Wind bekommen habe. Und ich habe mir drei MAC-Produkte bestellt. Ja, drei MAC-Produkte, zwei Lippenstifte, ein Pigment. Fangen wir vielleicht mit dem Pigment an und zwar ist das dieser hier. Das ist Blue Brown und mit diesem Pigment, davon hatte ich ein PR-Sample, also eine kleine Probe. Und da habe ich immer meine Smoky Eyes mitgemacht, aber dieses lila, ne? Dazu gibt es jetzt ein Tutorial, das war so ein Get Ready With Me für Weihnachten, aber man kann es auch so tragen, ich habe das so sehr oft getragen, also habt ihr wahrscheinlich in meinen Vlogs gesehen. Okay, ich verlinke euch das Video gerne auf dem E-Punkt, da könnt ihr vorbeischauen, es ist ein ganz, ganz toller Look. Ja, da könnt ihr dann sehr, sehr gerne vorbeischauen. Und ja, wenn euch dieser Look hier interessiert, dazu gibt es auch ein Tutorial, den kann ich euch auch auf dem E-Punkt verlinken. Ja, weil ich habe nicht viele Tutorials auf meinem Kanal, aber wenn ich was mache, dann sind das gute Looks, die ich schon tausendmal getestet habe, die ich dann optimiere und ja, die ich dann auch selber immer nachschminke, so wie das hier zum Beispiel, ja. Auf jeden Fall kommen wir zu diesem Pigment, kostet, lass mich nicht lügen, 23, 24 Euro. Auf jeden Fall 20% waren minus 4 Euro, circa minus 4 Euro, so. Genau, Blue Brown ist so ein lila-grünliches Pigment, also mein PR-Sample ist wie gesagt schon alle und deswegen habe ich es mir nachgekauft, weil ich begeistert davon bin und ja, das hier einmal freue ich mich schon sehr, 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 sehr laut drauf. Ja, also genau, wenn ich viel Geld ausgebe, dann für Sachen, die ich gut finde. Ja, so, dann habe ich zwei Lippenstifte mitgenommen und ich glaube, das sind zwei matte Lipsticks. Ja, zwei matte Lipsticks. Ich hatte euch auch ein Bild auf Instagram gepostet, also diese hier zwei Stück, kosten um die 20 Euro und ich hatte, wie gesagt, pro Artikel minus 4 Euro, also ich habe, nee, insgesamt habe ich 12 Euro gespart und die Rechnung war, glaube ich, 62 oder 63, ich weiß es nicht, auf jeden Fall mindestens 4 Euro, dann hatte ich noch Gutscheine und dann musste ich nur noch 1 Euro oder so dazu bezahlen, das hat sich gelohnt, ne. Ja, also einmal haben wir hier Velvet Teddy, darf natürlich nicht fehlen, habe ich mir gekauft, wollte ich immer haben, steht auf meiner Wunschliste, stand auf meiner Wunschliste und zwar, und dieser hier, ist der nicht schön? Die duften so gut, ich mache euch jetzt mal einen Sword, also ich habe die extra noch nicht benutzt, also, wenn ich euch die unbedingt zeigen wollte, ja, ich bin gespannt, was mache ich, wenn mir die Farbe nicht gefällt? Naja, dann weiß ich auch nicht, auf jeden Fall, so, nein, so, damit ihr sehen könnt, seht ihr? Oh, also die Farbe ist schon mal Bombe, ne. So, also einmal Velvet Teddy. So, dann ist das der zweite Lipstick und das ist Viva Glam 3 und diese Viva Glam Lippenstüchte, die haben mich nie, 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 nie interessiert, bis, ich glaube, ich habe euch das in meinem Weihnachtsgeschenke-Videos, das kann ich euch auch hier verlinken, erzählt, dass ich diesen Lippenstift unbedingt haben möchte, weil ich war auf dem Geburtstag von meiner Schwester, waren wir essen und ihre Freundin hatte diesen Lippenstift drauf und ich wollte unbedingt wissen, was das für ein Lippenstift ist, weil der so, so Bombe stand, auch die Kellnerin hat sich nach dem Lippenstift gefragt und ja, da musste ich den haben, das war nämlich dieser hier, Viva Glam 3, höre ich das hier auf, ach hier, so, das ist nämlich auch matt, also Velvet Teddy ist matt und der ist matt, der ist so rötlich, also hat eine rote Verpackung, sieht der nicht geil aus und die riechen so gut, so, geile Farbe, oder? Und auf den freue ich mich schon besonders und der Swatch, und der ist halt so ein dunkles Rot hier, seht ihr? Ja, ist die Farbe, ich hoffe, mir steht die Farbe, aber ich hatte die auch drauf von der Freundin meiner Schwester, mir stand sie jetzt nicht so gut wie ihr, aber ich wollte sie trotzdem haben, ja, so. Das war meine Douglas Bestellung, dann gab es natürlich noch Goodies und zwar einmal das hier, das ist eine Body Lotion, werde ich aber, denke ich mal, verlosen oder verschenken, weil ich kann so, ähm, parfümierte Body Lotions, ähm, ist nicht, für meine Haut nicht so gut geeignet, genau, also das ist nichts für mich, deswegen werde ich das verlosen oder verschenken. Dann gab es hier Aquapower von Bioterm, irgendeine Probe, ich weiß jetzt nicht, was das ist, hm, das hier, dann gab es hier noch eine Probe, ähm, Shampoo für trockenes Haar von Kaviar, genau, das hier, und dann noch das hier, dann durfte man sich zwei Proben aussuchen, und ich hatte mir so eine Parfümprobe ausgesucht, aber die gab es noch nicht mehr, und dann habe ich diese Probe bekommen, habe ich mich auch beschwert, weil es genau dasselbe ist wie das hier, und dann haben sie mir noch einen Gutscheincode geschickt für eine Extra-Probe, das heißt, wenn ich das nächste Mal bestelle, kriege ich noch eine Extra-Probe. Yay, also das hier, und dann noch diese Probe, ähm, diese hier, das ist, ähm, Gouroulon Aqua Allegoria, diese hier, kann ich gerne mal da und schnuppern. Ja, riecht nicht schlecht, riecht so fruchtig, Kaugummi, riecht nicht schlecht, das ist, sehr gut, so, das war auch noch ein Goodie, so, genau, und dann kommen wir, hm, zu Amazon, und zwar habe ich nach einem Nagelletter gesucht. So, ihr wisst ja, ich benutze diesen Mikrozell, Mikrozell Nail Repair, der kostet 11 Euro bei DM, gibt's den, den gibt's bei Douglas, den gibt's bei, ähm, Medfax, wenn ich da oft bestelle, nehme ich mir den auch gerne mit, ähm, ja, und den habe ich benutzt, und, das ist jetzt so eine Zwei-Wochen-Cur, man macht den einmal drauf, dann am nächsten Tag macht man die zweite Schicht drauf, am dritten Tag macht man das komplett weg und macht wieder eine Schicht drauf, und das geht zwei bis drei Wochen, so, ja, und dann werden die Nägel lang, und, ja, und das kann ich bestätigen, als ich das das erste Mal benutzt habe, waren sie richtig, richtig lang, also da könnt ihr euch meine, wenn ich meine ersten Videos anschauen, die waren bombenlang, also, selten ist nur einer abgebrochen, beziehungsweise, was am schwierigsten sind immer hier die Zeigefinger bei mir, beziehungsweise die Daumen, weil die Daumen so dick sind, und die Zeigefinger brechen immer ab, das waren jetzt so, das sind so meine Problemzonen, aber sie waren lang, gleichmäßig, richtig, richtig schön, schaut euch mit meinen ersten Videos an, da seht ihr das, das waren meine echten Nägel, ja, und dann habe ich das immer wieder benutzt, nur, nach einer Zeit, wo ich das, ich habe dann irgendwie, irgendwann sind die abgebrochen, und dann habe ich die Kur von vorne gemacht, also, als der leer war, habe ich einen neuen gekauft, habe ich die Kur wieder gemacht, aber sie waren nie, nie wieder so lang, wie ganz am Anfang, wo ich das das erste Mal benutzt habe, also, es wurde immer schlechter, ich weiß nicht, warum, ob sich meine Nägel daran gewöhnt haben, weil da ist ja dieses Formaldehyd drin, was die Nägel auch austrocknet, davon darf man auch nicht zu viel haben, weil das ist ja, ich glaube, krebserregend und gefährlich auch, aber das muss jeder zu sich selbst wissen, was er da benutzt, ja. Und die waren nie wieder so lang, wie am Anfang, und jetzt, schaut mal, ich habe die Kur gemacht, und die sind wieder, ja gut, wenn ich die Kur mache, mache ich die komplett kurz, und fange mit der Kur an, aber sie werden nie wieder so lang, und ich benutze es zwischen, ich benutze es immer, benutze ich das auch als Unterlag, und dann mache ich die Kur von vorne, aber sie werden nicht mehr so lang, und ja, dann habe ich nach einem alternativen Nagelhärter gesucht, und dann habe ich gesehen, eine YouTuber hat ein Video zu diesem Mikrozell gemacht, und sie hatte auch so schöne lange Nägel, und wo ich mir gedacht habe, ne, das stimmt nicht, die sind nicht, das funktioniert nicht mehr, wenn man das permanent benutzt, ja. Da wird mir eine andere drunter geschrieben unter meinem Kommentar, es gibt noch Nagelhärter, andere Nagelhärter, ich soll mir den und den anschauen, ja. Und so bin ich auf diesen gekommen, den habe ich aber noch nicht ausprobiert, diesen hier, das ist Nagelhärter Stark von Heromé, es gibt Schwach, es gibt Stark, also Stark ist Mittel, und es gibt Extrastark, und mit dem Schwachen wollte ich gar nicht erst anfangen, sondern mit diesem hier werde ich anfangen mit Stark, und wenn das nichts bringt, werde ich mir diesen Extrastark kaufen. Der ist noch ein bisschen teurer, weil der, glaube ich, ne, 7 Euro hat der kostet, genau, 7 Euro bei Amazon, und der andere kostet 12, 13 Euro bei Amazon, der Extrastarke. Und das soll wirklich helfen, also die Bewertungen sind sehr gut, dass das was bringt, das haben viele bestätigt, ich habe auch so auf Blogs gelesen, also das soll wirklich helfen, also ich bin gespannt, ob das was bringt, wenn ihr Lust habt, kann ich euch ein Video dazu dann machen, also der ist hier so, nur ich habe hier gelesen, also in dieser, weil hier ist eine, Gebrauchsanleitung war hier drin, ja, genau, also das ist bei diesem Mikrozeil jetzt nicht drin, aber hier gibt es eine Gebrauchsanweise, hier. Und hier drin steht, also das bekommt ihr übrigens bei Amazon, ich kann euch das gerne in die Infobox verlinken, da könnt ihr dann gerne vorbeischauen, weil ich habe das jetzt bei Douglas nicht gefunden, und so habe ich das nirgendwo gefunden, außer bei Amazon, ja. Hier steht, weil hier dieses Formaldehyd drin ist, ich glaube, hier ist das auch drin, und vielleicht in diesem Extrastark ist da mehr davon drin, von diesem Formaldehyd, dass man, ja, diesen Nagelhärterkur nur zweimal im Jahr machen darf. Ich habe hier diese Mikrozeil, die Kur, also da steht nicht, dass man das nur zweimal im Jahr machen darf, da steht gar nichts. Hier steht aber, man darf es nur zweimal machen im Jahr, und vielleicht, weil ich das öfter als zweimal im Jahr die Kur gemacht habe, vielleicht funktioniert es deswegen nicht mehr bei mir, ich weiß es nicht. Hier steht, auf jeden Fall habe ich mit diesem Mikrozeil, das habe ich schon zweimal im Jahr gemacht, auch dieses Jahr, das heißt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch benutzen darf, aber hier steht ja bei diesen nur zweimal im Jahr, deswegen weiß ich nicht. Und hier steht auch ganz wichtig, dass man das abends machen soll, und ich habe die Kur auch immer morgens gemacht, und man soll es abends machen, damit man sich die Hände nicht mehr wäscht, damit man einfach ins Bett geht, und damit das richtig, richtig aushärtet, soll man das abends vor dem Bett gehen machen, nicht, wenn man tagsüber oft sich die Hände wäscht und auf Toilette geht, das ist ganz, ganz wichtig hier. Ja, vielleicht habe ich das auch bei diesem da falsch gemacht, aber wie gesagt, da ist keine Anleitung zu nichts, ja. Genau, also wenn ihr Lust habt, hier steht sofort hierfür bei splitternden Nägel, lange kräftige Nägel in 14 Tagen. Wenn ihr dazu dann eine Review haben wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare, dann mache ich das sehr, sehr gerne für euch. Ja. So, genug gesnackt, jetzt kommen wir zum letzten Produkt, gleichzeitig auch ein Kauftipp, und zwar von Rossmann, die Victoria Secret Body Sprays. Die will ich, die sind ja schon seit Jahren gehypt bei YouTube. Ich wollte sie immer, immer haben, aber immer als es die mal bei Müller gab, waren die ausverkauft, beziehungsweise mein Müller hatte sie nicht, beziehungsweise habe ich keinen Müller in der Nähe, sondern erst in einer anderen Stadt. Dumm, als ich da war, hatten sie die gar nicht im Sortiment, auch nicht, als es Aktionsware war. Dann habe ich durch eine andere YouTuberin erfahren, dass es sie bei Rossmann briebt. Und die kosten 24,99 Euro. Leider hatte ich keinen Coupon von Rossmann, da gibt es ja mal diese 10% Gutscheine, hatte ich leider nicht, weil auf meinem Briefkasten steht bitte keine Werbung, beziehungsweise landet alles in Postfarbe, und da kommt es nicht an. Dann habe ich die angeschrieben, und dann meinten die so, ja, wir machen eine Ausnahme und schicken dir die Ausnahmsweise zu. Haben die nicht gemacht. Ich hatte bis heute keine Coupons im Briefkasten. Ich habe jetzt wieder neue, aber die habe ich allerdings von meiner Mutter bekommen. Aber Rossmann hat mir leider keine zugeschickt, obwohl sie es mir versprochen haben, mir so ein Heft mit Coupons zuzuschicken. Ja, das dazu. Wie viel hatte ich leider, dann konnte ich leider hier nicht sparen, aber wenn ihr 10% Gutschein habt, dann könnt ihr sparen. Ja, und die gibt es bei Rossmann, da wo diese Parfümabteilung ist, dahinter, weil es nur eins hatten sie. Ich denke mal, die werden das wieder auffüllen. Da gab es diese großen und ich habe mir aber erst die kleinen genommen. Bewusst, weil ich wollte sie ausprobieren und wenn mir dann einer besonders gut gefällt, dann werde ich sie mir vielleicht in groß nachkaufen, weil ich glaube, die großen lohnen sich preislich mehr als die kleinen. So. Ja, auf jeden Fall habe ich mir einen Herzenswunsch erfüllt, weil ich die unbedingt schon immer haben wollte. So schauen sie aus. Und ja, ich kann euch... Boah. Die sind so schwer rauszuholen. Also, hier sind 60ml drin in einem. Und wie gesagt, 1, 2, 3, 4, 5 kosten 24,99. Ja. So, also einmal das hier. Das ist Love Spell. Riechen wir mal dran. Doch, der riecht gut. Ich kann euch Düfte nicht beschreiben. Aber der riecht gut. Das sind halt Body Sprays für den Sommer. Wollte ich die unbedingt haben. Und dann haben wir hier, also hier ist Pure Seduction. Da stehen auch die Duftnoten dran. Aber ja, Duftnoten stehen dran. Riecht niemand? Boah. Das ist jetzt nicht so meins. Obwohl riecht auch gut. Dann haben wir hier Amber Romance. Was ist das jetzt? Die riecht auch gut, doch. Ich fand den ersten und dritten gut. Der riecht wieder anders. Also, die riechen alle anders. Dann haben wir Love Addict. Ist auch nicht in meinem Duft. Aber riecht nicht schlecht. Riecht nicht schlecht. Und, ähm, was haben wir hier? Hier haben wir Passion Struck. So. Soll ich das jetzt noch draufsprühen? Mh, das ist auch nicht so meins. Mh, das ist absolut nicht meins. So. Aber, schreibt mir gerne euren Lieblings-Duft, ähm, gerne in die Kommentare. Wuhh! Mhm. Also, nochmal. Schreibt mir euren Lieblings-Duft gerne in die Kommentare. Welcher ist euer Lieblings-Duft, falls ihr sie auch habt und kennt. Ansonsten, kauft von mir, geht nach Rossmann. Dort gibt's die. Also, ich denke, es gibt die noch. Ich weiß es nicht. Und, ja, mein Lieblings-Duft war dieser hier, ähm, Love Spell und der orange Amber Romance. Ja. Genau. Und, das war's. Schreibt mir gerne euren Duft in die Kommentare. Und, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Tschüss! Mua! 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 Vielen Dank.